Und es geht weiter mit einem kleinen Fazit zu Boruto Naruto Next Generations Folge 2, Hokages Sohn. Ähm, ja, die Folge setzt halt mehr oder weniger da an, wo die erste Folge aufhörte, nur mit dem Unterschied, dass Boruto eben für zwei Wochen suspendiert wurde, aufgrund von dessen, was in der vorigen Folge passierte. Ehrlich gesagt, das halte ich für ziemlich lächerlich. Klar, Boruto spielt Streiche, das ist uns bewusst, aber ihn deswegen zu suspendieren, für etwas, was er wirklich nicht mal mit Absicht gemacht hat. Und theoretisch gesehen hätten er und sein neuer Freund das auch erklären können. Also das fand ich ein bisschen dämlich. Naja, was soll's. Jedenfalls ist es halt so, dass einige von Boruto nicht so begeistert sind, weil sie finden, dass er ein bisschen nervt oder weil er ja Hokages Sohn ist und deswegen bevorzugt behandelt wird und so. Allerdings, auch wenn Boruto das irgendwie leicht hinnimmt, also es wirkte schon so, als ob es ihn so ein bisschen beschäftigt, aber er hat es dann runtergeschluckt und damit war diese Sache auch wieder gegessen. Finde ich schade, weil ich finde, damit hätte man gut eine richtig gute Folge erzählen können, wenn die wirklich ein bisschen auf ihn herabgesehen hätten. Quasi nur, ja, so ähnlich wie bei Naruto früher, nur anders. Weil Naruto wurde ja nur so verhasst wegen dem Kyuubi, aber Boruto wäre verhasst, weil er der Sohn ist und so laut Motto, der darf ja eh alles und so. Und ja, so wär's in echt halt tatsächlich. Solche Leute werden auch nicht immer super behandelt oder man schleimt sich ein. Naja, im Prinzip ging's in der Folge halt darum, dass Iwabi, der war glaube ich drei Jahre älter als die anderen, der ist auch schon zweimal, hatte den Abschuss halt verkackt und muss deswegen schon zweimal die Akademie wiederholen und er ist halt ziemlich sicher, wer noch Kriegszeiten wären, dann hätte er es lange geschafft, weil er ist eigentlich im Prinzip, was das Kämpfen angeht, ziemlich gut und im Rest ziemlich scheiße. Tja, und daraufhin, er und Boruto geraten halt aneinander und wollen dann eben gegeneinander auch kämpfen, weil sie eben aneinander geraten sind, ja, war auch nicht unbedingt der beste Grund. Und ja, sie wollten dann eben nach den offiziellen Regeln kämpfen, das heißt keine Waffen, außer halt sowas wie Shuriken und Kunais und haben dann auch ein bisschen gekämpft und der Kampf war okay, mal wieder mal etwas normaleres zu sehen, so mit Schlägen, Tritten, Jutsu des Tausches und so, aber im Prinzip war es nichts Besonderes. Ich meine, es war einfach irgendwie ein gleicher Schlagabtausch hier, dann dort und ja, Boruto wurde ein bisschen dreckig und ja, das war es dann auch, er hat es natürlich auch betont und dann ging es eigentlich nur darum, dass er nicht für sich kämpft, sondern für die anderen, weil ja jeder andere Gründe hat, an der Akademie zu sein. Das hat mir dann irgendwie viel zu sehr Naruto-mäßig so gewirkt, weil Naruto wäre so, dass er sowas machen und sagen würde, aber Boruto wirkte für mich in dem Film am Anfang recht arrogant, so, ja, abgesehen von meiner Mutter und meiner Schwester sind mir alles scheißegal und ich bin nur mir selbst der Nächste halt. Und ebenso fand ich es auch ein bisschen blöd, Boruto wird ja gegenüber Naruto immer relativ intelligent dargestellt und eben auch talentiert, da vergisst er doch am Anfang der Folge ernsthaft sein Schulbuch und will bei Shikadai reingucken, dem natürlich das zu nervig war und ehrlich, bei Naruto hätte ich mir das vorstellen können, dass er tatsächlich irgendwie sein Schulbuch mal vergessen hat oder sowas, aber bei Boruto empfinde ich das doch als ein bisschen dämlich. Irgendwie habe ich wirklich das Gefühl gehabt, sie haben in der Folge wirklich krampfhaft versucht, Boruto an Naruto, wie er mal war, anzugliedern und das, finde ich, haut einfach nicht hin, weil er so einfach nicht ist. Auch dieser eine neue weibliche Charakter hat mir persönlich jetzt gar nicht so gefallen, weil passt er irgendwie gar nicht da rein mit so einer normalen Schuluniform und dann natürlich so lilanes Haar und auch ein bisschen schüchterner, hat so richtig an Hinata erinnert und ja, war auch nicht so ganz. Dagegen muss ich sagen, Iwabi, wir haben gesehen, dass er zum Beispiel dothorn konnte und ich finde ihn optisch okay, er wirkt halt so richtig Bancho-mäßig und ja, er wird jetzt wahrscheinlich auch in den Folgen dazugehören und irgendwie so ein Kumpel-Rivale sein und ich denke, dass er auch okay sein wird und so, habe jetzt auch nichts gegen. Tja, aber wie gesagt, so an und für sich, die Folge war okay, ansehbar, aber halt irgendwie auch nichts Besonderes und wie gesagt, Boruto-Naruto-Ähnlichkeit, das ging mir dann doch auf den Keks. Gut, da habe ich meine Frage an euch. Was sagt ihr zu den neuen Charakteren? Findet ihr sie eher überflüssig oder ganz interessant? Was sagt ihr dazu, dass es jetzt erstmal wohl Filler-Folgen gibt, die eben noch nicht auf dem Manga aufbauen? Findet ihr das blöd oder findet ihr es gut und hofft, dass es zumindest lieber sowas Eigenständiges jetzt wird, statt dass man den Manga, wie er am Anfang macht und dass man das wie bei Dragon Ball Super macht, den Film im Anime nochmal wiedergeben und zu erzählen, ja, was sagt ihr zu Boruto generell eben, wie er da gekämpft hat und so alles und findet ihr seine Art nachvollziehbar oder erinnert sie euch auch an Naruto und ihr findet das eher wie ich schlecht? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare.